Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. Im heutigen Video geht es um ein Krafttraining für Kinder. Es wird wieder ein Echtzeitvideo, das heißt, ihr könnt einfach mitmachen. Aber warum ist überhaupt Krafttraining denn so wichtig für Kinder? Weil der junge Organismus wird ja leider nicht mehr so belastet wie früher. In der heutigen Zeit ist es ja gern so, dass die Kinder oftmals vor Konsolen, Fernseher, Handy sitzen, in der Schule sitzen, zu Hause in den Hausaufgaben sitzen, beim Lernen sitzen. Und wirklich Bewegung und der Sport kommt nicht so wirklich mit in den Alltag. Außer natürlich, dein Kind ist im Sportverein, was natürlich klasse wäre. Aber bei den meisten Kindern ist das leider nicht der Fall. Genau deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir diesen Organismus ein bisschen darauf vorbereiten, was denn später kommt. Weil die ganzen Knochen, die Bänder, Sehnen, Knorpeln, das muss sich ja alles anpassen. Die Muskeln müssen erwachsen. Der Organismus braucht ja ein bisschen was, damit die Knochen fest werden, die Gelenke fest werden und stabil sind und die Muskeln sich auch entwickeln können. Heißt, mit diesem Video erzielen wir das Ganze. Und ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht mehr um den großen heißen Brei herum. Wir legen direkt los. Wie ihr ja schon bereits wisst, vor jedem Training unglaublich wichtig, ein bisschen warm zu werden. Damit keine Verletzungen entstehen, der Körper schon ein bisschen auf Betriebstemperatur hochgefahren wird. Und wir fangen an, auf der Stelle zu joggen. Legen wir los. Das Kabel hier ein bisschen, dann hängt es nicht im Weg rum. Okay, und dann fangen wir mal an, mit den Armen gleichzeitig zu boxen. Gut, dann machen wir den Hampelmann. Schön, dass wir ein bisschen warm werden, alles hochfährt. Gut, dann machen wir noch unsere Hüfte ein bisschen kreisen. Dass sie ein bisschen warm werden, alles, die ganzen Gelenke ein bisschen geschmiert werden. Und wir tun die Richtung wechseln. Okay, dann tun wir uns mal ein bisschen strecken und ein bisschen zum Boden gehen, so weit wie es geht. Du kannst die Knie auch gerne leicht anwinkeln, dann kommen wir tiefer und schön langsam groß machen und nach vorne. Dann drehen wir uns nochmal rechts und links. Dann tun wir noch die Arme mal nach hinten. Drehen kreisen, zehnmal und dann noch zehnmal nach vorne. Und Richtung sechste. Okay, gut, dann sind wir warm. Ich merke es jetzt auch selber schon, man spürt alles ein bisschen. Und wir legen los mit den Kraftübungen. Wir fangen wirklich mit den Basics ein bisschen an. Da ich ja dich nicht kenne, dein Kind nicht kenne, je nachdem. Ich werde auch ein bisschen die Schwierigkeitsgrade sagen, die man machen kann, damit es für jeden optimal anstrengend ist. Erste Übung, die wir machen, ist die ganz alltägliche Kniebeuge. Ich bin immer gerne Freund von leichter Erhöhung der Fersen. Das heißt, sucht euch eine kleine Erhöhung. Ob das jetzt eine Matte ist, so wie bei mir. Oder ob das zwei Bücher sind oder zwei Gewichtscheiben oder, oder, oder. Hauptsache, es ist fest hinten, damit die Fersen nicht einsacken und wir ein bisschen aus dem Sprunggelenk die Spannung rausnehmen und somit tiefer runterkommen, ohne gleich umzufallen. Ich werde die Matte auch mal ein bisschen seitlich hinlegen und mich auch ein bisschen schräg hinstellen, damit man das Ganze auch besser sehen kann. Also, wir stellen uns schulterbreit hin, Zehenspitzen leicht geöffnet. Und dann machen wir eine Kniebeuge. Wir nehmen die Arme mal gleichzeitig mit hoch und machen 20 Stück. Schön in meinem Tempo. Drei. Vier. Wer keine 20 schafft, fünf. Macht natürlich keine 20, sondern weniger. Sechs. Sieben. Auch von der Tiefe her. Acht. Nur so tief gehen, wie der Rücken gerade bleibt. Neun. Und die Fersen auf dem Boden bleiben. Zehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Noch zwei. Neunzehn. Und zwanzig. Okay, sehr gut. Erste Kraftübung schon mal abgeschlossen. Für die zweite Kraftübung suchst du dir jetzt entweder eine Matte oder die leichte Variante, die ich zuerst machen werde, brauchst du eine Wand. Und zwar machen wir einen Liegestütz oder Liegestütz-Zellen, je nachdem. Du darfst dir eine Wand suchen, wenn du noch keine Liegestützen so schaffst. Ebenmäßige Wand, leicht schreck, Hände auf Schulterhöhe und dann bremst du mal rein und gehst wieder nach vorne. 20 Mal. Leicht auf die Zehenspitzen und nach vorne. Ich mache jetzt mal hier zehn Stück, damit man es sieht. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und noch einer. Zehn. Okay. Wenn das für dich schon anstrengend ist, super, dann kannst du da gerne 20 machen. Oder, wir machen es ein bisschen schwieriger, indem du dir eine Matte suchst. Auf dieser Matte gehst du auf die Knie. Da gibt es auch wieder mehrere Varianten. Einmal nur diese Variante, wo du nur die Arme bewegst. Oder, auf den Knien, mit der Hüfte nach unten. Die gibt es natürlich noch auch. Oder, wenn du ganz, ganz stark bist, dann schaffst du die normale Liegestütze. Je nachdem, suche es dir aus, welche Variante dir am besten liegt. Und davon machen wir 20 Stück. Das war die zweite Kraftübung. Nun, kommen wir zur dritten Kraftübung. Dafür brauchst du auch wieder eine Matte oder einen weichen Boden. Je nachdem, vielleicht, wenn du ja einen Teppichboden hast, dann geht das ja auf den Teppichboden. Falls du so hast wie ich, Parkettboden, ja, ist ein bisschen hart und ein bisschen kalt. Und deswegen empfehle ich bei sowas immer eine Matte. Dann begeben wir uns auf alle Viere und machen jetzt abwechselnd 20 Mal rechte Hand, linkes Bein ausstrecken, abstellen, linke Hand und rechtes Bein, abstellen, zwei und immer abwechselnd. 7, 8, 9, schön langsam, schön durchstrecken, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 15, 16, 17, 18, 19 und noch einer, 20. Sehr gut, klasse gemacht, wenn du es durchgehalten hast. Selbst wenn du weniger geschafft hast, auch überhaupt kein Problem. Hauptsache du kriegst welche hin. Das ist schon mal der erste Schritt. Nächste Kraftübung brauchen wir wieder den Boden. Dieses Mal dürft ihr euch auf den Rücken legen. Am Bein lassen wir angestellt. Wir nehmen die Hände an die Ohren und tun uns jetzt mal 20 Mal zusammenrollen und wieder ablegen. Zusammenrollen und wieder ablegen. Kein Schwung und schön langsam. Wenn wir hochgehen, tun wir ausatmen. Und 10 haben wir schon. Sehr gut. Wenn du nicht mehr schaffst, auch okay. Und wenn du nicht so hoch kommst, wie ich auch kein Problem. So weit wie es geht. Noch 2, 19 und der letzte 20. Sehr gut. Damit haben wir die vierte Kraftübung schon abgeschlossen. Letzte Kraftübung für heute. Dafür darfst du dir wieder eine Matte suchen oder du nimmst den weichen Boden. Und zwar legen wir uns auf den Bauch. Beine und Arme gestreckt und heben jetzt gleichzeitig die Arme und die Beine in die Luft. Und das Ganze 20 Mal. Also hinlegen, Arme strecken und in die Luft und wieder ablegen. In die Luft und wieder ablegen. Falls du das nicht so leicht hinbekommst wie ich, kein Problem. Mach so weit es geht. Probier die Knie mit hochzuheben. Falls du das auch nicht schaffst, kein Problem. Probier so weit es geht. Hälfte haben wir schon. 15, noch 5, 16, 17, 18, 19 und noch einer 20. Wenn ihr alles richtig macht, dann solltet ihr es vielleicht hier unten im Rücken ein bisschen merken oder im oberen Rücken oder in den Armen. Und damit haben wir das schon geschafft jetzt. Wenn du noch sehr, sehr viel Energie hast und sagst, okay, du würdest dich gerne noch mehr auspowern oder liebe Elternteile oder liebe Eltern, vielleicht machen sie es ja auch als Familie. Ihr sagt, okay, eine Runde geht noch. Dann einfach das Video von vorne loslaufen lassen, wo die Übungen losgehen. Und dann könnt ihr noch einen zweiten Durchgang machen von den Übungen. Oder wenn ihr nach dem zweiten Durchgang immer noch voll Energie seid, gerne auch einen dritten machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt es bis hierhin durchgehalten. Wenn ja, dann habt ihr einen Applaus verdient. Dann gratuliere ich euch. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt gilt es, das Ganze täglich zu machen oder zumindest alle zwei Tage, wenn es funktioniert. Falls dir das Video gefallen hat, dann lasst es mich doch gerne wissen mit einem Like. Ansonsten Fragen zu den Übungen oder Fragen im Allgemeinen gerne in die Kommentare stellen. Schaut es gerne auch mal hier vorbei. Da sind bestimmt Videos da, die euch auch noch interessieren werden. Oder abonniert einfach unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Ich verabschiede mich für heute. Ich bedanke mich, dass ihr mitgemacht habt und mir zugeschaut habt bis jetzt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, bis dahin. Macht's gut.